Let's show Computer Craft, dein Programm, Teil 6. Und heute das erste Mal auf einem Monitor. Und zwar bereitgestellt von Cookie Gamer. Und ich kann euch versichern, es handelt sich heute nicht um ein Betriebssystem, da hatten wir ja jetzt schon einige von. Nein, heute ist es etwas anderes. Also wie immer, Fragen zum Programm bitte an Cookie Gamer. Download Wünsche bitte auch an Cookie Gamer. Und schaut euch auch mal seinen Kanal an. Auch er macht ein paar Let's Plays. Schaut euch auch da die Videos an. Ist ganz interessant. Ich habe mir die auch angesehen, also ist immer ein Blick wert. Also Cookie Gamer, Link in der Beschreibung. Aber jetzt gucken wir uns erst einmal den Programm, den Programmcode wollte ich schon sagen. Nein, den gucken wir uns nicht an. Das Programm gucken wir uns an. Und was das denn macht. Also wir starten. So, und jetzt sehen wir, alles klar. Lief relativ schnell, alle Einstellungen geladen. So, hier steht Analyse-System. So, dieses Analyse-System. Was macht denn das? Also in der Beschreibung zu dem Programm hieß es, wenn man jetzt als Beispiel eine relativ komplexe Redstone-Schaltung aufgebaut hat und irgendwas funktioniert nicht, dann könnt ihr mithilfe dieses Redstone-Analyse-Programms nachsehen, wo eventuell was fehlt. Denn Sinn dieses Programms ist es, die eingehenden Redstone-Signale, die gebundenen Redstone-Signale, die eingehen, so, in den Farben, die wir zur Verfügung haben, aufzuzeichnen. Bedeutet, wenn also von Weiß ein Signal kommt, dann steht hier Weiß ein Signal. Wenn jetzt von Pink oder von irgendwie einer anderen Farbe was kommt, dann steht das hier auch. So, dann sehen wir also, und auch natürlich für die Dauer, wenn jetzt drei, vier Sekunden von Gelb was eingeht, sehen wir das und so weiter. Also wir gucken uns das Programm einmal an. Und gleich zeige ich euch das nochmal in Action. Also wir haben jetzt hier oben, wir können jetzt mit den Ziffern-Tasten, können wir umstellen. Wenn wir auf 1 drücken, Plot auf Redstone, ja oder nein, können wir hier, ihr seht es, umstellen, ja oder nein. Bedeutet, zeichnest du auf, wenn ein Redstone-Signal kommt, dann ja, oder bei nein, er zeichnet nicht mehr auf. So, 3, Plot auf Timer. Bedeutet, wenn jetzt das auf Nein steht, sehen wir das wie hier, das ist eine relativ statische Anzeige. Und ich drücke einfach mal hier auf die Tasten für die Farben. Also wenn wir jetzt hier Weiß nehmen wir ein paar Mal, dann nehmen wir noch Orange. So, und dann sehen wir, er hat es jetzt, warum hat er es nicht gemacht? Ach so, okay, ja klar. Ja, er zeigt mir dann hier dieses, also auf das, dass wir jetzt hier Weiß ausgewählt haben, dass er dann Weiß auswählt. Und hier können wir dann also sozusagen sagen, was er beachten soll. So, das wollte ich euch aber nicht zeigen. Ich wollte euch zeigen, dieser Plot auf Timer, wenn das auf Nein steht, haben wir hier eine relativ statische Anzeige. Bedeutet, erst wenn dann ein Signal von Weiß kommt, macht er hier auch so ein Sternchen hin oder hier so eine Raute. Wenn dann ein weiteres Signal bei Magenta kommt, macht er in die nächste Zeile Magenta und erst dann, wie gesagt, immer wenn ein neues Signal kommt, dann macht er immer eins weiter. Wenn wir aber jetzt hier Plot auf Timer von Nein auf Ja stellen, dann sehen wir, diese Zeitleiste, die tickt immer weiter vorwärts im Zwei-Sekunden-Rhythmus. Denn auch das können wir einstellen. Hier oben steht es auch. Also wir haben hier nochmal die Abkürzung, Plot auf Redstone Ja, Plot für den Timer Ja mit dem Intervall von Zwei-Sekunden. Also alle Zwei-Sekunden tickt das jetzt ein weiter. Bedeutet, wenn dann jetzt also von Gelb was kommt, dann kommt das hier. Wenn irgendwann später auf Magenta was kommt, kommt das dann hier. Und so kann man dann eventuell eine Kurve ablesen oder eben die Entwicklung dieser Redstone-Signale. Also wenn ihr dann zum Beispiel sagt, wir stellen das mal um auf eine Sekunde und es kommt jetzt hier zwei Sekunden von gelbem Redstone-Signal, kommen hier zwei Rauten hin. So könnt ihr also ablesen, wie lange aus eurem Programm, aus eurem Gebilde, die Redstone-Signale ankommen. Gut, und den Intervall, den können wir wie gesagt mit den Tasten drei und vier nach unten oder nach oben machen von 0,5 bis ganz viele Sekunden. Gut, das ist jetzt einmal so zur grauen Theorie, was wir denn mit diesem Programm machen können. Hier unten hätten wir noch Kabel in Dezimal, da wird dann wohl angezeigt, funktioniert jetzt bei mir nicht, wie viele Kabel an sind oder die Simulation in Dezimal. Vielleicht habe ich da was falsch gemacht beim Aufbau, also jetzt nicht hier bei dem, hier sind ja keine Kabel angeschlossen, aber bei dem nächsten, denn ich habe mal ein bisschen was aufgebaut, da möchte ich euch dieses Programm ein bisschen näher zeigen. Also sehen wir uns gleich. Und hier möchte ich euch jetzt zeigen, was denn das Programm kann. Ich habe hier mal so zwei Sachen aufgebaut und wir starten jetzt das Programm. So, er lädt jetzt alle Kabel, alle Signale etc. Aber, obwohl wir hier, das kann ich euch zeigen, hinten ganz viele Kabel angeschlossen haben, sagt er jetzt hier Kabel in Dezimal 0. Warum? Weiß ich nicht, habe ich nicht verstanden, aber das kann auch an einem Fehler von mir liegen. Aber jetzt schauen wir uns das einmal an. Also, wir haben ja gesagt, wenn also ein Redstone-Signal von irgendwo reingeht, wird das hier aufgezeichnet. Dafür habe ich einfach mal hier diese Wand aufgebaut und wir gucken jetzt mal, wenn wir jetzt, also wir haben auf Magenta gedrückt, dann drücken wir nochmal auf Purple, dann drücken wir auf Gelb und dann drücken wir auf Braun oder auf Hellgrau. So, und hier sehen wir also, egal wo wir draufdrücken, das System erkennt, wo wir draufdrücken und malt uns hier also diesen Weg auf. Und wenn wir dann jetzt auch mehrmals hier auf Gelb drücken, dann malt er auch mehrmals Gelb auf. So, das ist im Prinzip die Funktion von diesem Programm. Aber jetzt, was können wir denn damit machen? Ah ja, und ich zeige euch auch nochmal, wenn wir jetzt den Plot setzen auf 0,5 Sekunden als Beispiel. Und hier unten sehen wir immer, wodurch sich dieses Signal jetzt aktualisiert hat. Also, T bedeutet Timer und dann haben wir hier unten dann R für den Input wahrscheinlich. So, wenn wir jetzt hier auf Braun, dann auf Blau drücken wir ein paar Mal und dann auf Gelb wieder und dann auf Grün. So, und dann sehen wir also, im Zeitverlauf zeichnet er mir dann hier die ganzen Red Zone Signale auf. Also, wenn das auch gleichzeitig gemacht wird, müssen wir gucken, dass wir jetzt schnell sind. Ja, zeitweise haben wir dann zweimal gedrückt, genau. So, und hier zeichnet er mir dann also auf, wo das Signal eingeht. So, und ihr könntet da jetzt ja also zum Beispiel ja dann überprüfen, ob denn wirklich das Signal von Blau auf hier von, wo haben wir jetzt hier, da, auf Cyan, Entschuldigung, ob das wirklich auch ankommt, wenn ihr das Programm startet. So, das ist dieses Analyseprogramm. Was ich nochmal gemacht habe, ist, ich habe das ein bisschen für meine Zwecke umgewandelt, jetzt nur mal so als Beispiel, wofür man das noch nehmen kann. So, und zwar habe ich das jetzt einfach mal als Überwachung für ein Kraftwerk oder so gemacht. Also, wenn ihr jetzt ein Kraftwerk habt mit einer gewissen Temperatur, ich habe das jetzt einfach mal hier von 0 bis 75 gemacht und dann stellen wir uns aber auch mal den Timer auf, so stellen wir den an auf, ja, komm, hier 0,5 Sekunden. So, das heißt, er läuft, er hat jetzt noch keine Temperatur, weil ich habe hier mal ein bisschen was aufgebaut, denn der Reaktor ist aus mit einer Temperatur von 0 in dem Fall und die Lampe leuchtet rot. Das ist jetzt nur als Anwendungsbeispiel. Wenn wir dann jetzt sagen, alles klar, zack, Reaktor ist jetzt an, aktuelle Temperatur 0 Grad, zeichnet er auf, ah, 0 Grad. Gut, wenn sich jetzt der Reaktor dann also langsam erhitzt, ne, ist er erst auf 5 Grad, dann ist er auf 10 Grad, dann geht er hoch auf 15 Grad, dann geht er ein bisschen schneller hoch, so, als Beispiel, ne. So, dann könntet ihr hier sehen im Verlauf, dann machen wir das einfach mal wieder aus, damit wir es sehen, wie sich denn hier jetzt in dem Fall der Temperaturverlauf entwickelt hat. So, das habe ich jetzt gedacht, das ist dann auch für dieses Analyseprogramm relativ sinnvoll, weil, ähm, wenn man jetzt, ja, als Beispiel das eben so schön anzeigen möchte, wie sich dieser Verlauf so entwickelt, kann ja auch hoch oder runter gehen, damit könnt ihr auch Füllstände anzeigen, ist ja, im Prinzip ist das ja ganz egal, ihr müsst immer nur ein Redstone-Signal ausgeben, was dann in den Computer fließt und hier könntet ihr dann eben eine Kurve ablesen oder einen Füllstand oder sowas, ne, also, das kann man damit machen. Was ihr auch machen könnt, ist zum Beispiel, wenn ihr, ähm, ja, ihr habt als Beispiel, habt ihr eine Baumfarm gebaut, da ist eine Kiste dran angeschlossen, so, und die Kiste ist voll, dann wird ein Redstone-Signal ausgegeben und dann kommt das zum Beispiel, wenn wir das jetzt mal wieder, ähm, auf Normal-Mode stellen, kommt zum Beispiel bei, ähm, jetzt haben wir hier ein Signal gerade an, klar, weil die Temperatur läuft ja noch, müssen wir das erst mal wieder ausmachen hier, Reaktor ist aus, so, alles klar, dann starten wir eben nochmal neu, also, wenn wir, wenn ihr zum Beispiel eine Kiste irgendwo habt und, ähm, dann habt ihr die mit diesen Farben verbunden und auf einmal seht ihr, ach, alles klar, hier bei, bei Weiß ist ein, ähm, ist, ähm, steht hier so ein, so eine Raute, wisst ihr, ach, alles klar, die Kiste Weiß ist leer, äh, ist voll, dann könntet ihr hingehen zu eurer Baumfarm, die Kiste leer machen und dann geht das ja weiter und immer da, wo ihr dann hier eben diesen, dieses, ähm, Signal seht, wisst ihr, alles klar, da ist was passiert, ihr könntet das aber auch natürlich als Beispiel für, ja, weiß ich nicht, äh, ja, für alles mögliche nehmen, für, für, für Mobs, Spawner oder für, ähm, ähm, Bewegungskontrollen, also wenn ihr irgendwie, ähm, baut ihr so Druckplatten irgendwo hin und immer wenn da jemand drüber gelaufen ist, dann wird das gezählt, als Beispiel, ne, da könntet ihr, ja, dann einfach als, als kleines Sicherheitssystem was machen oder, na, also die, die Möglichkeiten an sich, die sind ja schier grenzenlos, was ihr alles machen könnt. Auf jeden Fall, dieses Programm, ich finde es, ähm, sehr sinnvoll, wenn man da seine Funktion für gefunden hat, wie gesagt, ihr habt eine relativ große Möglichkeit, ähm, was ihr einstellen könnt und, ähm, gerade hier mit diesem, mit diesem, ähm, Timer und dem Intervall finde ich ganz schön, ja, und das ist, wie gesagt, das Programm von Cookie Gamer, was er in einem riesen Programmcode geschrieben hat, also das ist das längste, was ich derzeit geschickt bekommen habe, mit, ich weiß nicht, über 1300 Zeilen, glaube ich, ist das lang, ist aber auch wirklich sehr schön geschrieben, also, ähm, schaut euch das mal an, lasst euch das schicken, ladet es euch eventuell irgendwo runter, wenn er es zur Verfügung stellt, weiß ich nicht, aber schaut euch auch seinen Kanal an, wenn ihr wollt, abonniert ihn, guckt die Videos, macht, was ihr wollt, hinterlasst auf jeden Fall positive Kommentare, ja, ihr findet schon euren Weg für dieses Programm, ich hab's jetzt einfach mal, wie gesagt, so mit dieser Reaktorsteuerung hier gemacht, und, ähm, ja, aber, wie gesagt, auch als Baumfarm oder als, ja, Mobdetektor, ich weiß es nicht, für alles mögliche ist das zu gebrauchen. Sinn ist es, also, die Redstone-Signale, die eingehen, die werden geprüft, ne, und aufgezeichnet, ja, und das war's im Prinzip. Ja, schaut dann auch beim nächsten Mal wieder zu, beim nächsten Mal gibt's dann ein weiteres Programm, und dann mal schauen, was ich euch dann vorstellen kann. Also, macht's gut, bis dahin, tschüss.